Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, The Order of Dawn. Ja, die Map ist wieder komplett abgedeckt. Was natürlich wieder ein Büchchen nervig ist. Aber das meiste können wir ja zum Glück aufdecken. Gut, in der letzten Aufnahme-Session haben wir es geschafft, die untoten Angriffswellen aufzuhalten. Jetzt müssen wir die untoten Lager noch zerstören. Und halt die Untoten hier bis zum Portal zurückschlagen. Damit die Truppen aus Heiligt das Portal sichern können und wir in Ruhe uns dann mit Marcia unterhalten können. Ah ja, dafür gibt es erstmal noch viel zu tun hier. Die Untoten sind nämlich weiterhin auf dem Vorwarsch, wenn auch nur noch in kleinen Grüppchen. Während meine Leute hier am Sammeln noch sind. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir es noch hinkriegen, genügend Nahrung zusammen zu kriegen, um nochmal das Bevölkerungslimit zu erhöhen. So, warten wir bis unser Avatar wiederkommt. Was soll ich sagen, haben wir erst mal hier die Skelette um? Schnappen uns, was sie so gedroppt haben, wenn wir das denn können. Und los! Mir nach! Machen jetzt nach und nach ihre Lager kaputt. So, da hilft uns die Nachkämpferin ziemlich gut. Schnell, für die Freiheit! Bei dir halten wir Elfen halt was aus, weil sie Eisen für die Freiheit tragen. Ich höre... Seid auf der Hut! Elends Segen! So, während die kämpfen, können wir uns das Eisen hier schnappen? Die Diener der Nacht sind hier! Elends Segen! Schnell wie ein Pfeil! Feinde! Zu den Bögen! Wir sind in Gefahr! Äh... Ja, jetzt! Ja, und etwas voller ist in der Indirekte, wie das Eis hier. Wir sind in Gefahr! Befehl, seid auf der Hut! Bereit! Und los! Mir nach! Okay, gucken wir erst mal hier oben lang. Schnell! Und los! Oh, Knochen-Türme, das ist unschön. Schnell! Schnell! Und los! Mir nach! Na, gucken wir mal mit unserem Avatar alleine schnell. Das heißt, wir zerstören erst, was hier ist. Vielleicht umgeben wir so erstmal die Knochen-Türme. Oh, Spinnis! Und ja, da ist der... Gottstein dieser Insel. Können wir ja aufs Neugier immer mal wieder, wenn wir auf den Inseln sind, so gucken, wo diese Gottsteine stehen, die Aronir hinterlassen hat. Was soll ich tun? Los, Schwestern! Vorwärts, Schwestern! Wir werden angegriffen! So, die drei kriege ich locker platt. Ich höre... Seid auf der Hut! Frostgelette, oh. Die Diener der Nacht sind hier! Sie kreisen uns ein! Mein Bogen für die Rune! Wir sind in Gefahr! Okay, wir haben eine Einheit verloren. Da hat noch eine Hüterin. So, die Spinnen hatten leider nichts für uns. Mal gucken, was wir erblicken können, wenn wir hier durchgucken. Nicht viel. Ich höre... Unwindeseile! Also ja, es gibt eine Basis dahinter. Schnell wie ein Pfeil! In Windeseile! Was soll ich tun? Es sind zu viele! Ich höre... In Windeseile! Okay, da kommen ein paar Hakkainis. Ein Skelett bewacht hier einen Weg. Okay. Mein Bogen für die Rune! Da kämpft mal wieder irgendeiner gegen irgendein Tier. Oh! Mein Bogen für die Rune! Wie der Wind! Elendsegen! Ja, ich mal so praktisch. Ich höre... Seid auf der Hut! Befehl! Vorwärts, Schwestern! Los, Schwestern! Wehrt euch, Schwestern! Vorwärts, Schwestern! Okay, noch mehr Skelett-Türme. Das ist nicht so schön. Schnell wie ein Pfeil! Also auch hier sind Skelett-Türme an dem Eingang und an dem Eingang. So, Eisen nehmen. Na gut, hier sind... ...sogar Grimweepers. Sag ich jetzt einfach mal. Mir fällt gerade kein besseres Name. Sensenbanner. Wohin soll ich gehen? Schnell wie ein Pfeil! Seid auf der Hut! Gucken wir mal, was hier noch ist. Oh, nichts. Auch hier drüben ist noch ein Eingang und... Hier ist ein Spawner mit sehr vielen Untoten. Okay. Wenn wir gucken, wird das hier wahrscheinlich das Portal sein. Okay, wir sehen leider nicht weit genug. Aber ja, ich schätze mal, das ist der Weg zum Portal. Habe ich auch noch so ganz dumm für in Erinnerung. So, wir haben ja gelernt, Skelett-Türme können uns nicht so viel anhaben. Wir umgehen die also mal. Okay, da sind noch mehr Untote. Also hier oben lang wird es zum Portal gehen, ja. Mein Burgen für die Rune! Da bricht schon wieder ein Trupp Zombies durch. Gut, das heißt, ich bin jetzt mal so... Nein, okay, ich bin jetzt nicht mal so... Nein, okay, ich bin jetzt nicht mal so... Es scheint es auch noch ein Lager zu geben, was Vorrang haben sollte, so wie es aussieht. Schnell! Und los! Wir werden angegriffen! Die Diener der Nacht sind hier! Das ist ein Hinterhalt! Ja, vorwärts! So, alle tot? Sofort! Vorwärts! Also wir machen erstmal alles, was hier ist, kaputt. Oh, Aschengräber, das auch noch. Feinde! Zu den Bögen! Wir sind in Gefahr! Hier! Schnell! Was soll ich tun? Ja, wie gesagt, die Untoten hängen... Ja, sofort! So, Ehre, Aronies! Standhalten, Männer! Nicht so das Problem sei, der Aschengräber da. Also ich meine, die Untoten hängen da, für die Truppen der Halle. Wehrt euch, Schwestern! Hier! Auf mein Zeichen! Für die Freiheit! Und los! Oh, da! Auf meinen Befehl! Was soll ich tun? Ich hab's begriffen, ich hab's begriffen, ich hab's begriffen. Wir laufen weg. Folgt mir! Wehrt euch, Schwestern! Sofort! Ich höre! Höf! Everybody! Berlin!